da kommen überall diese euro dran da ist nachher das zeugs drin und die gehen dann runter bis zum boden was soll ja hier den brauche ich noch schon sagen nicht blöd nur vergesslich so und das sind die brennsterre durch diese controllers da oben ganz ja mal draufklicken ganz jetzt alle benennen wenn du willst kannst du es auch sein lassen also ist nicht wichtig und damit kontrolliert du wie viel die jeweils eingefahren also diese controllers ausgefahren werden weißt du wie stark die untereinander reagieren oder wie viel brennstoff bei energie die produzieren müssen wir jetzt jetzt alle mal machen bis unten ziehen warte mal ganz kurz lass mal crazy die decke ausbessern die löcher noch die letzten ja am besten gehen wir von oben da ist das letzte genau ich mache hier gerade mal auf das boden das muster wenn man das ein bisschen besser erklären so diese führer die reagieren miteinander also wenn du dir zum beispiel den hier wo ich drauf steht nimmst der sendet sozusagen irgendwas aus neutronen was weiß ich was in die vier himmels richtung und wenn er auf so ein anderes ding hier trifft dann reagieren die untereinander und verbrauchen weniger fuel also das heißt am besten brauchst du das immer in so einem kreuz pattern dass die sich gegenseitig hier beeinflussen dann spaß nämlich ein bisschen fuel produziert nicht mehr energie aber du sparst ein bisschen an energie an fuel und ja du könntest das natürlich auch noch größer machen wie du willst wenn der nicht mehr reicht dann brauchst du etwas größer und kannst dann auch nach oben nach unten so ausbreiten wie du willst wie dir beliebt oder wie viel energie du brauchst zwischen die fuel rods könntest du jetzt noch im tierium diamanten oder raumster irgendwas packen wie es dir beliebt dann reagieren die noch mal so ein bisschen besser am einfachsten ist wenn du flüssiges ender zeug dann nimmst also dieses resonant ender da genau genau wenn ihr ender perls habt ansonsten kannst du auch wasser das ist total beschissen also das ist fast so gut wie luft also luft ist das verschiedenste kurz darüber kommt dann wasser du kannst noch flüssiges redstone reinpacken dieses kryotheum das ist auch noch gut genauso gut wie ender zeugs fast also ist glaube ich ein bisschen besser ja wenn ihr jetzt ender zeugs habs können wir das reinpacken müssten wir gerade mal was machen wie viel braucht man zirka sonst können wir den auch erstmal trocken laufen lassen funktioniert auch ihr stoppt den dann einfach irgendwann später auf aber also ender perl haben wir eigentlich genug ja ich bin schon etwas am machen du brauchst da schon bisschen was ne verbraucht sich das wir sind ein ender oder nein nein aber du musst halt das sind sieben also 46 um den dreh vielleicht nicht mehr so viel brauchst du nicht die grundfläche 24 ja du musst minus die rots ja gut hier ist schon mal einer ja damit kommst du nicht weit ja ja bloß hier haben wir gerade nur drei eimer hier und wirklich schon irgendwas um die 36 dann kannst du ausrechnen 7 mal 7 ist 49 minus 13 oder wie viel waren es und auch bis bei 36 wir reden hier von 36 eimern ja da braucht man ein paar mehr ender perlen kann man das nach hinterher immer noch einfügen und mal 4 ja ja das kannst du auch wirklich noch machen das könnte immer wir können ihn jetzt auch erstmal trocken laufen lassen das geht auch da fehlt noch da fehlt noch was ja so jetzt brauchst du einmal einen reaktor controller ist ganz wichtig das herzt stück vom kontrol von dem reaktor damit steuerst du dein ding nach der doha vor halb aber davon brauchen nur ein und wenn du gerade dabei bist kannst du dann auch schon ein reaktor power tab bauen so vordern ist jetzt wieder das kaffett ausgegangen reaktor controller ein ein power tab ja haben wir dann von diesen moment wie heißen sie access port 2 da brauchen wir noch wissen die haben wir hier glaube ich noch irgendwo rumfliegen ist ja da bin ich gerade auch am suchen alternativ kann man auch gar nicht welche machen ist ja nicht so dass wir stein angehaben da ist die saumel wir haben keine pistons mehr macht gleich noch sechs mehr ich brauche noch cobble stone warte ich habe noch welche einstecken ist das nicht brauche ich ein blight energistic netwerk drin müssen wir nochmal aufstocken weil es sonst voll wäre müssen wir allgemein hier was verkabeln so 1 20 haben wir jetzt jetzt wird wieder zahls also crazy nächste folge machen wir auf jeden fall endlich mal hier die mb verkabelung dann geschaut voll ok so wie viele zespots war das bei habe ich dann ein rednet port da brauchen wir da noch wenn kabel aber ja gar nicht hier jott müssen wir plastik dann hast du plastik denn wir sollten hatte hier waren noch jetzt waren briggs sie ist schlecht aus müssten wir dann mal schnell machen aber gummi haben wir ja das ist ja ein etwas aufwendigerer prozess ne das war nochmal was genau alles muss das zeug erst äh im extractor brauchst du die sticky resin da musst du rubber draus machen dann muss das paar mal brennen ja ja rubber haben wir ja schon dann das mal dann lassen wir uns gerade hier am backen mal das Board das schon danach naрач mal das ich frage mich warum hier gerade die Energie zuvor weg geht also eigentlich oh ja warte das Kabel das da fehlt so jetzt laufen wir auf die ganzen Generatoren wieder wow Plastik äh da muss jetzt noch mal brennen komm mach mal das einfach hin das geht auch schneller dann nehme ich das Grafit nochmal raus dann brauchst du einen Erlösmelzer den haben wir und so eine Mold Plate die sollten wir auch noch haben ich schau mal ob die noch da drin ist ne da müssen die irgendwo rumfliegen Mold Plate ah da Mold Plate ne ja Hammer wir sind nur hin ich bin jetzt hier drüben Plastik vergessen das Plastik packen wir jetzt da rein und da hast du deine Plastik Sheets sehr gut so da ist der RedNet Port Dankeschön so so RedNet Kabel na geh rein jetzt war grad kein Schuh du warst du ich hab's in der Tasche Baker nein ich meinte wie ich von unten rankomme so jetzt brauchst du noch achso RedNet Controller warte äh Programmable RedNet Controller oder so euren Cube hab ich gefunden ja wir haben bis jetzt nur äh wir haben bis jetzt kein Kabel von ME hier hinter ja aber das ist doch irgendwo da wo du durchsteht jetzt hier ungefähr ne ja so ungefähr ok schocken wir da einfach mal die Wand auf hab's gefunden das wäre jetzt mein nächster Weg gewesen gut gut äh wie tief wollen wir es in der Wand verstecken hier durch äh ah hast du warte ich bin grad an verlegen ja danke ein war das ne ja so ein Programmable RedNet Controller äh geh mal noch eins mehr in die Wand ja äh wird gleich ah jetzt was noch genau da kommt gleich ein Loch ein RedNet Kabel ja hab schon ähm ME Drive eins ne ja ich schließe es einmal E Drive an ja ich merk's ja wert oder ja wir mehr die wir ja können wir ja auch nichts mehr machen also laus also gut das kabel kann man auch gleich holen hier oben wollten zwei möglichkeiten aber bisher den controller kannst du ja meine mitte setzen halt die ein ausgänge bitte nach rechts hat noch reaktor glas ja hier genau hier kommt das gut dann machen wir hier machen alles unten in die zweite riege war ich habe mir eine idee was ihr treiben könntet wenn ihr dann dazu bock habt okay sprich weiter also man da die dinge drin richtig jetzt kann der nahm alles umbauen die genau genau die genau so wir sehen im moment noch gleich aus die erst mal einstellen